Servus miteinander, da ist der Martin im Auftrag von OLED. Ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen zu der neuen Perron Mini in der Optik Camouflage. Die Perron Mini ist eine Winkelkopflampe, das bedeutet das Licht kommt nicht vorn raus, sondern da am Kopf auf der Seite. Oben am Kopf ist dafür der Bedienknopf, das heißt man kann die Lampe so bedienen oder so mit dem Daumen. Man kann die Lampe mit dem mitgelieferten Gürtelclip irgendwo an der Ausrüstung befestigen, damit man die Hände frei hat, es ist mitgeliefert so eine Kletthalterung, da wird die Lampe einfach mit dem Clip eingeschoben, kann dann auch in der Verstellt werden, wo sie hinleuchtet und dann einfach mit dem Clip irgendwo an der Ausrüstung befestigt werden, an einem Patchfeld oder es gibt ein mitgeliefertes Stirnband, man kann da draufklicken und sich dann so auf dem zur Not an den Kopf hängen. Was natürlich auch funktioniert, der magnetische Ladeport, den es da unten gibt, wo man das Magnetladekabel einfach anhängt und dann per USB laden kann, ohne dass man den Akku rausnehmen muss. Der Magnetladeport kann auch überall an eine metallische Oberfläche gehängt werden, funktioniert aufgrund des geringen Gewichts von der Pierron Mini sehr gut und dann kann ich mir auch so einstellen, wo ich das Licht haben möchte. Da an der Unterseite, ich hoffe man kann das sehen, da oben gibt es eine Öffnung für das Lanyard, das ist natürlich auch dabei und wer sich schwer tut da beim reinfädeln, für den gibt es auch noch eine Einfädelhilfe und auf der Packung, die ich auch noch ganz gerne einmal in die Kamera hängen möchte, ein bisschen schärfer stellen, gibt es noch einen Hinweis so herum, die Pierron Mini ist jetzt in Kaltweiß und zusätzlich mit einer neutralweißen LED verfügbar. Der Vorteil des neutralweißen Lichts ist in einer ein bisschen besseren Farbwiedergabe und das Licht erscheint auch ein bisschen natürlicher, das kommt aber natürlich dann sehr stark auf eure persönliche Wahrnehmung und Vorlieben drauf an. Nachdem einige nicht gerne die Bedienungsanleitung lesen, erkläre ich die auch ganz kurz. Ein kurzer Klick schaltet die Lampe ein, in der zuletzt benutzten Helligkeit außer bei der Turbostufe. Wenn ich dann den Knopf gedrückt halte, schaltet die Lampe drei Helligkeitsstufen durch, nämlich Low mit 12, dann 65 und dann High mit 250 Lumen. Darunter gibt es mit zwei Lumen eine Mondlichtstufe, die erreicht man von Aus durch gedrückt halten des Knopfes. Dann geht sie an, dann habe ich die zwei Lumen. Wenn ich dann von dort weiterschalte, habe ich dann die drei normalen drüber, also über das Cycling kommt man nicht zurück in den Mondlichtmodus. Drüber gibt es mit 1000 Lumen den Turbomodus, mit Doppelklick erreichbar. Und mit einem Dreifachklick startet man das SOS. Wenn ich von Aus den Knopf länger halte, kann ich die Lampe elektronisch sperren. Also anhalten, dann geht der Mondlichtmodus an und dann schaltet sich die Lampe aus. Jetzt ist sie gesperrt und kann nicht eingeschaltet werden, ist sehr ratsam für den Transport. Zum Entsperren einfach wieder eine Sekunde lang halten, es blinkt kurz, ich bin im Mondlichtmodus und dann kann ich wieder die Lampe ganz normal bedienen. Ein weiteres recht tolles Feature, wie ich finde, ist der Timer-Modus. Dazu kann man aussuchen, ob sich die Lampe in drei oder in neun Minuten automatisch ausschaltet. Dazu muss das natürlich erst einmal eingeschaltet sein. Es funktioniert im Mondlichtmodus und den drei regulären Modi, aber nicht im Turbomodus natürlich. Durch einen Doppelklick, wobei man den zweiten hält, das muss man ein bisschen üben, das ist nicht so leicht, vor allem wenn man es vor der Kamera macht. Also Klick halten, da hat es jetzt einmal geblinkt, das bedeutet kurzer Timer, in drei Minuten schaltet sie sich aus. Zweimal geblinkt, langer Timer, in neun Minuten schaltet sie sich aus. Macht sie vielleicht dann Sinn, wenn man sie im Zelt als Beleuchtung verwendet und sich in den Mund mit dem Schlafsack da reinmümmeln möchte, dann hat man die Hände innen drin und außen leuchtet das Licht. Und wenn es sich von alleine ausschaltet, ist das, glaube ich, eine ganz coole Sache. Ganz zum Schluss zeige ich euch noch einen kleinen Vergleich, den ich mit der Peron Mini gemacht habe im Bunker im Vergleich zu den großen Brüdern der Peron und der Peron II. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ich habe in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Facebook-Profil, da könnt ihr mir gerne eine Nachricht zukommen lassen. Fiat euch! Fotos 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 MÆNNNN-T Sinn Fiat zus Fiat Vielen Dank.